Moin moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit dem Buben Frosch. Hallo. Mit dem DigiGamer. Hallo. Mit Inanna Torres. Geil, Warbank. Und mir den Fakto Fall. So, wir sind jetzt nochmal am ersten Meta-Ende. Und dann gibt es auch noch einen neuen Teil der Living Story. Also ich muss das sagen, Inanna hat ja Rüstung da, ne? Das ist ja richtig Hammerheiß immer, ne? Jetzt leuchtet sie ganz golden. Ja. Sogar das Fliegetier. Wenn mich nicht täusche. Alter Schwede, ey. Ja, Kinders, da könnt ihr sehen, ne? Wo das Geld sitzt. Ja. Kann man die wahrscheinlich noch nicht? Doch, kann man. Oh. Oh, oh. Oh. Sollte dich nicht wiederbeleben. Das macht mich nur tot. Oh. Wolfsschanze? Oder was war das eben gerade? Oder habe ich mich verlesen? Leuchtturm. Ja, super. Jetzt liege ich hier. Also ja, Wolfsschanze ist der eigentliche Punkt. Moment, kann man von denen auch aus starten? Oh, kann man. Von der Brücke, von der Brücke. Ja, ja. Wolfsschanze ist der Wolfsschanze ist im Osten. Ja, ja, Lacki hatte eben schon mal Probleme mit dem Strattel. Ach, das ist Lacki, okay. Der Lacki ist ganz rausgeflogen. Ja, auch im Spiel. So, jetzt sind wir. Wird beschossen hier. Ah, taktischer. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Boy, ich bin. Ich bin. macht echt Aua Nein, wir hatten ihn noch fast 51 Sekunden Au Oh, jetzt geht er runter Wie Butter Ja, aber auch nur 60 Sekunden Der ist gleich tot Okay, jetzt haben wir den Copter Den muss man mit Sachen bewerfen, oder? Der Bazooka Taliban-mäßig Naja Bestimmt, hier Sascha Seine Frau hat das Internet abgezogen Okay Das ist eine Fritzbox Böse Frau Zu ähnlich, zu ähnlich ist es Das ist fast super total Schneller 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 Erfrisch So viel Energie Gleich haben Ja Ja Beliebte wieder Ich hier so ein Dreck Gibt's ne Kitzte Klopp Und jetzt Jagt nach Erfrischend Wo ist er hin? Hier Okay Oh, wie geht's? Habt ihr schon den Stern angeklickt? Den neuen, den grünen? Nee, ne? Nee Nee, okay Süßer, süßer Schatz Boah, gerade so noch Schaden gemacht Hä, wo seid ihr denn jetzt? Bei dem ersten Boss Da ganz hinten Wo der nächste ist Da unten auf der Karte Ja Ganz so nice Guck da nicht mehr hin Warte ist ein Freund Warte ist ein Freund Wir hauen die echt zu schnell runter Tja Wirst du dir wohl mal die Rauchstoffe holen? Das geht's nicht Nee, die sind allgemein zu schnell Haben nichts mal zu tun So, und der nächste ist Ich kann's ein wenig Auf dem Moment haben wir noch nichts Doch, ich seh'n der Direktor beim Leuchtdruck Gerichtum ganz unten ja der tc sieht mal so jetzt kann ich wieder reisen so und jetzt ist der nächste war toll zu spät die knuter und rund und rund und rund listening klack 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 kreken trotzdem geil so nächster Nein, nein. Ach Mist, das war nix. Wieder den, den ich sonst nicht kriege. Das ist... ...weit oben ist. Ja, wieder kostet den ja nicht. Kommt's nicht hin oder was? Jupp. Ja. Tatsächlich ist das... na... ...neher zu spät komme ich hin. Ich war jetzt aber auch zu spät. Ich fall da zu schnell runter. Süßer, süßer Schatz. Trotzdem kriegst du die Thron, das finde ich so geil. Irgendwann hin. So, ich bin da oben da am Lager. Tötet sie! Ja, da komm ich schnell hin. Einfach gläuten. So. 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 fritz trotz 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 Es wird ein nettes Sümmchen einbringen. Oh, hier ist ein Tuch. Weiße, hier war Gift. Was ist hier immer? Bleifuß. Ich bin ein Tuch. Ich bin ein Tuch. Ich bin ein Tuch. Und noch ein Puch. Ja, ohne Ende. Ich hoffe, so heiße Sommertage. Oh, wie komme ich da hin? Ach du Scheiß. Ja, du und deine Wolfschanze. Zu viel... Wie tönte Kasselwürfen ist eingespielt. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. wir sterben so schön das ist ja besser als die ausbeute beim bierrad andere einfach weiter oben die richtung Falsche Richtung! Falsche Richtung! Hähm! Achtel! 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 Bum! Rolfskreuzung Rolfskreuzung Über die Kreuzung etwas, was ich noch gar nicht erkundet habe So, da kann man jetzt dann hin, ja? Oh, Lucky ist auch auf unserem Map Ja, ja Ich hatte jetzt da gestanden, wo die Schichte weitergeht Aber wenn wir über die Brücke gehen können, dann gehen wir natürlich rüber Da sind wir wahrscheinlich sowieso, oder? Die machen hier jetzt das Meta Wolle ich annehmen Ja Ich habe noch keine Ahnung, wie es läuft, aber auch nicht Wollen wir schnell einen Cut machen? Ja, machen wir Ja, da haben wir später Leute Tschüss, tschüss Ja, würde ich gut finden, was sie machen Ja Ich hatte nur bei Takeo gehört, dass das schon lange dauern kann, ne? Ja, das kommt daran, wie gut die Truppe ist Ja, natürlich Ja Also ich, ja, ich habe Leute Das geht in Ja, ich habe keine Ahnung, wie gut die Truppe ist Ja, ich habe auch alles